Heute ist es ganz schön heiß. Findest du das heiße Wetter gut? Ja, ich finde warmes Wetter gut, aber heute finde ich es wirklich zu heiß. Jein,在德国经常会听到 jein,很多同学听 jein, oh,不要了, jein, jein是什么东西呢, jein就是 ja, nein,合在一起的, jein,什么意思, ja, aber,所以你说,有人问你,你觉得这个天气好吗,我喜欢热天气,但是呢,今天太热了,所以我们可以用 jein. Findest du das Wetter gut? Jein, ja, ich finde das Wetter gut, aber,所以这个可以 bear, jein,好用,因为如果有时候你不确定是 ja oder nein, oder你说 ja,但是呢,那你可以用 jein, jein,好用,而且在德国常常会听到, jein. Findest du Deutsch einfach? Ja oder nein? Ja. Ja. Findest du Chinesisch einfach? Jein, ähm, ja, aber Chinesisch ist sehr schwer zu schreiben. Tschüss jetzt mit Ihnen, danke.